Ich brauche einen Aussichtspunkt, bevor dieser Austausch stattfindet. Und dann wollen wir mal ordentlich Gas geben und ich habe etwas anzukündigen, meine Facebook-Seite, die wir in der Videobeschreibung befindet, ist wieder online. Oh, äh. Ja. Ja. Warte mal. Ah, Alter, ich muss mal kurz rüber. Also meine Facebook-Seite ist wieder online. Also quasi online. Heißt ja nicht online, sondern wieder in Betrieb. Ich nutze sie wieder. Alle Neuigkeiten werden drauf eingetragen. Also. Wenn ihr über alles Bescheid wissen wollt, könnt ihr euch auch da informieren. Der Vorsprung ist perfekt. Aber ich trage auch nicht nur meine Let's Plays ein, sondern ich habe auch Angebote zum Beispiel zu spielen, zu PC-Hardware. Ja. Könnt ihr alles da auf meiner Facebook-Seite sehen. Ja. Ich höre den Heli, weiß auch nicht, wo er ist. Ah. Ah. Ah, okay. Da oben war ein Sniper oder nicht? Da hat er gerade geblinkt. Und es geht schon wieder lustig los mit Far Cry 3. Ah ja, ich liebe dieses Spiel. Da ist Olli. Lasst ihn in Frieden, ihr Arschlöcher. Ja. Mit Islam komme ich noch nicht zurück. Ey, 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 Jungs. Jungs. Könnt ihr mich mal lassen? Alter, das habe ich gesehen. Davon habe ich gerade ein Foto gemacht. Ja. Könnt ihr nämlich nicht. Jungs. Die dürfen Olli nicht in den Heli bringen. Lauf, Olli, na los! Was ist das für ein scheiß Schnal-Sniper, ey? Was sind denn noch welche? Oh mein Gott. Hä? Ich sehe die auch gar nicht, weil... Eins. Zwei. 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 Und wir helfen Olli hier raus. Und das ist gut, dass wir Olli wenigstens wieder gefunden haben. Weil das ist bestimmt der beste Mann, der uns hier helfen kann. Neben dem Mädchen. Die das Schiff jetzt repariert haben. Ich glaube, der ist hier noch ein bisschen härter, kann uns da besser helfen. Das war der Superschluss. Und da unten der... Was? Du bist nur da. Was willst du denn? Du bist auch noch da? Das kann wir auch nicht so lassen. Los Olli, renn weiter. Los. Ich decke dich. Oh, da sind noch welche. Okay. Was? Okay. Klar, das Boot. Ja, gute Idee. Geh weg. Oh mein Gott, da habe ich an ihn geschossen. Oh. Der ist weg. Der Schütze. Was? Oliver hier? Sich verarschen. Ich muss jetzt nicht da unten zu Oliver springen, oder? Doch, muss ich. Ja, ich bin doch da. Alter, los. Tauch schnell auf. Da rauf, da rauf. Ey. Ja, los, rauf. Danke fürs rauszuholen. Moin Olli. Ey, hast du Tattoos, Mann? Ja, ich weiß, danke. Wer finden wir von hier? Alter, geile Einstellung. Ey, cool, du hast gute Tattoos. Ein Boot. Ein Boot? Halt das Boot gerade. Ich versuch's. Schneller. Wir entkommen. Lalalalalala. Lalalala. Ecker. Alter, was für krasse Action. Direkt wieder am Anfang dieser Farquay 3 Folge. Oh, ich hoffe, es gefällt euch. Mir gefällt Farquay 3. Immerhin. Weiterhin noch. Sehr gut. Oh mein Gott, Boot, 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 Boot. Ich bin totet. Okay, der Fahrer ist raus. Von wo, von wo, von wo? Da. Alter, halt das Bootstil. Halt das Bootstil. Ich kann so nicht ziehen. Gott. Gott, ich bin fast down. Ah, los, schieß. Mein Gott, mein Gott. Ich bin tot. Ich bin tot. Boah. Boah. Drauf halten. Lass mich allen in Ruhe. Was? Ein Helikopter. Los, 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 los. Ich muss mich ein. Ich muss mich ein. Ich bin tot. 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 Boah. Alter, Verwalter. Du wollt mich doch ver... Äppeln, ey. Das geht doch gar nicht. Boah, das ist aber wirklich ganz schön krass hier gerade. Okay. Okay, wir haben es geschafft. Du hast mich gerettet. Kein Problem, Olli. Und die haben meinen Vater erpresst. Der wollte denen ein riesen Vermögen zahlen. Alter, die hätten dich auch als Sklave verkauft, wenn er gezahlt hätte. Scheiße. Alter, was für eine mega Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, ob ich klarkomme. Ich kenn dich, Olli. Coole Kappe. Du bist stärker, als du denkst. Komm mit mir. Ich weiß, wo du in Sicherheit bist. Aber wo genau er in Sicherheit ist, das erfahren wir erst. Oder vielleicht erfahrt er es jetzt noch in dieser Folge. Okay. Hey, hey, Mädels. Schön wieder bei euch zu sein. Wie schön, dass es dir gut geht. Wie schön, dass es dir gut geht. Oh, ich fliege wie ein Kumpel und das Gewächshaus. Hä? Wo sind wir hier bitte gelandet? Wow, das Zeug haut nicht. Ich will noch jemand ziehen. Ich wollte ihn ausmachen. Ja, ich. Hey, ich bin in einer Sekunde da. Es ist ja wie im Himmel. Cooler Typ. Ich muss dir was zeigen. Ja, ja. Ich muss dir auch was zeigen. Komm. Ja, okay. Ja, los. Hallo. Ja. Ich mache ein Kreuz für Grant. Schick. Danke. Ich hatte bisher keine Zeit. Sieht wirklich nicht schlecht aus. Festgebunden. Wir müssen reden. Werden wir. Nur nicht jetzt. Ich muss Reiter finden. Ja, nur nicht jetzt. Wenn dem Jungen irgendwas passiert. Okay, und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Alter, hier ist ein gutes Tattoo-Stahl. Studio um die Ecke. Mach mir Sorgen. Es verändert dich. Lisa, keine Angst. Zum ersten Mal nehme ich mein Leben selbst in die Hand. Das stimmt, ja. Das ist doch was Gutes. Da haben wir hart gearbeitet. Und ich habe dir einen Studiojob besorgt. Ich habe Steve... Ich will jetzt nicht über deine Ex-Freunde sprechen. Das ist mein Weg. Ich muss ihn alleine finden. Okay. Okay. Verstehe. Du bist gestresst. Wir sehen uns später. Ich liebe dich. Jetzt geh. Bevor ich dich wieder aufhalte. Ja. Jo, und das werden wir aber erst in der nächsten Folge, werden wir dann weitergehen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Boah, die ging ja mächtig zur Sache. Sie ist zwar nicht allzu lang geworden, glaube ich. Aber egal. Ihr könnt jetzt auch immer auf meiner Facebook-Seite sehen, nachgucken nach den neuen Videos. Und Pipapo habe ich ja am Anfang bereits gesagt. Und ich hoffe, ihr schreibt in die Kommentare, ob ihr das Spiel weiterhin sehen wollt. Ob es euch gefällt. Und ich verabschiede mich. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.